So, Hallöchen, herzlich willkommen. Ich grüße dich zurück zu Kingdom Come Deliverance. All das hier steinig und alles, ne? So, deswegen reiten wir mal da rüber jetzt. Reiten wir mal doch ausnahmsweise mal den Weg entlang. Und ja, wir sind ja immer noch mit der einen Quest beschäftigt. Wo wir... Das ist ja schon wieder Höhle, toi. Wo wir... Wir gehen mal rein, weil wir es können. Mal schauen, wie lange jetzt hier heute... ...das hier ist. Na, scheint... Okay, hier ist zumindest ein Fackel. Alter, wo kommen wir hier hin? Okay, hier ist gepflegte Sackgasse. Das spart doch schon mal Nerven. So, dann gehen wir hier noch schnell rüber. Hier geht es tatsächlich auch noch mal weiter. Jetzt wird es ein bisschen rustikaler, die ganze Sache. Also, was ist das hier? Fuck. Was ist das hier für ein Labyrinth? Ich laufe jetzt doch noch mal hier in... Okay, hier kommen wir irgendwo raus. Leute, hier sind wir hier. Die Frage ist, wo? Was ist das hier? Ich laufe jetzt. Los, ihr seid ihr seid jetzt hier. Ich die Eltern. Eufe. Ich lasse. Was ist das hier? ist das ein kerl wo ich dachte schon ernsthaft ok aber wir können oder ich bin zumindest mal froh dass ich jetzt hier nicht auf widerstand wir werden denke ich mal dem pfeil dann entlang gehen ich denke mal die werden dann alle in der sackgasse enden so das blutspritze man weiß es nicht alles doch teilweise gruselig ne das erinnert mich so an den until dawn until dawn muss ich ja sagen war bisher das schlechteste auf meinem kanal was ich gespielt habe also für mich persönlich so von der story her und so hier muss man glaube ich wieder entlang so und jetzt habe ich mich verlaufen jetzt sind wir hier richtig hier sind wir schon richtig wo wieso ist jetzt nicht lab hier sind wir doch schon richtig ich bin wieder da wo ich herkommen bin hier war doch irgendwo der pfeil wo war denn hier der pfeil hier war das wo wir zurückkommen sind da ist jetzt wieder die wasserpfeilzen na frau alle den hüllenpilz den glauben auch noch zusammen hier den kann ich nicht bluten dann gucken wir jetzt noch mal hier hier ist also der haupt eingang dann sind wir genau dann sind wir ja hier schon richtig genau dann sind wir da durch da glaube ich die erste abzweigung dann abbiegen das ist das mit dem pfeil ja oh ich habe angst hier geht zwar ein pfeil hin hier wird es nix hingehen okay wir sind ja auf jeden fall gehe ich mal davon aus richtig da hier der pfeil noch mal entlang geht hier geht es hier geht es nun da ist es richtig hier geht aber der pfeil entlang ich muss sagen ich bin gerade doch ein bisschen angespannt hier wie weit geht es denn da nun da geht es noch weiter nun da sind das meine schritte wo ich hier höre was ist das bin das ich alter leg mich am arsch wie weit geht es denn da runter okay zum glück sind hier viele sackgassen hier auch da wo man drin saß also genau hier dann kann es ja nur der wie ich sei ich hab voll schiss ne grad das ist jetzt hier voll das monster kommt oder so ich weiß total bescheuern ne na wir sind tatsächlich richtig ich glaub egal wo ich lauf das führt alles zu einem wehchen beziehungsweise die pfeile führen alle nur zu einem ziel gehe ich mal jetzt mal stark davon aus so dann gehen wir mal hier entlang so und sind wir hier schon ist mir hier noch richtig ist mir hier noch richtig boah das ist mir gerade hier echt so will sie mich verarschen sorry wenn ich ruhig bin gerade ein bisschen und wenig ups und doch hier wenig gerade kommentiert aber ich bin gerade so angespannt ich habe echt jetzt hier angst dass hier irgendwie so ein Jumpscare ist aber es ist ja eigentlich nicht so aber das ist ja gerade alles so bedrückend nicht ich bin nicht immer hier Alter, was ist das hier? Okay, wir nehmen natürlich trotzdem wieder unsere Fackel. Nein, die Fackel wollte ich doch nicht, Mensch. Boah, was ist das hier, ey? Boah, von wo kamen wir jetzt? Verdammt. So, egal, wir laufen jetzt mal hier entlang. Ich hoffe, wir sind jetzt hier richtig. Bitte lass uns hier richtig sein. Ich will hier ehrlich... Ich will hier ehrlich gesagt da wieder raus. Ich finde es hier echt so beklemmend gerade. Mir geht es gerade gar nicht gut. Fussimiertes. Alter, ich geh jetzt da nimmer rein. Ohne Witze. Ich fand es jetzt... Fand mich jetzt sehr, sehr unwohl. Alter, so unwohl fühle ich mich nicht einmal bei Horrordingern, weil du weißt, da passiert was. Ja. So, wir reiten mal. Soweit der Gauten ist recht, Alter. Es kotzt mich so an. So was kotzt mich an. Ja, jetzt sind wir hier. Ich geh da nimmer rein, weil... Ne. Ja. Ne, Freunde. So, ich hoffe, dass wir jetzt hier doch weiterkommen. Seid nie für... Deppme. Ich zuzidier eure Schwerter. Du willst mein Geld? Komm und holst dir. Oh, jetzt kämpfen sie die Jungs. Komm und holst dir. Jo, Freunde. ich lasse die mal kämpfen jetzt und lese hier nur das sühnenkreuz domini opi party ok wir gehen aber sicherheits oh oh willst du mich verarschen ich würde hier aber gern nun so wie gehen wir hier komische folge heute hier so ich nehme mein kaul das ist immer doch geschützte die kreif nicht aber jetzt nicht dran oder was war ich kaputt hier gibt es so viele tode zum luden ja so jetzt mal auf ihr kalubieren jetzt einfach hier weg so bist du unser ding welches sehr schön von hier kamen wir ja ich hoffe die sind jetzt noch alle da die toten ich will ja nur den hier kohle so so gratuliere wo sind die toten sind sie weg oder was ach komm ok was soll's was soll's wir reiten weiter der see entlang genau wir kennen ja hier die gegend wir können ja die gegend einmal wo wir es so richtig gefällt haben haben wir ja hier das alles auch aufgedeckt so wir gucken mal wie weit mit sie aus sind ist es schön oder ist es schön es ist herrlich es ist ein träumle ach die achste eigentlich nur beglückt er heute wieder unterwegs da wie Wir gucken trotzdem mal. Die kommen aber jetzt nicht hier, oder? Doch, interessanter Ort. Oh, ein Skumanen, Dolch, Gift, Konservierungsmittel, Minze. Da haben wir doch alles zusammen da. Freil. So, sehr schön. Dann gucken wir noch mal. Auf die Quest. Ja, könnte man hier eine Markierung hin machen, Freunde. Ja. Komm, dann machen wir das. Heute. In der Folge noch mal eine kleine Entdeckungstour. Ähm, ja, Entdeckungstour. Und decken wir nämlich hier diese Bäume noch auf. Äh, Bäume, Wolken. Ich sollte umkehren. Er hat sich glaubt, ich wäre weggelaufen. So schmeißt du mich jetzt runter. So anscheinend. Was war das jetzt? Ich bin verletzt, warum bin ich verletzt? Ja. Ja, als zu geradeaus hinter, hat er gemeint. Oh, jetzt geht's aber da auch wieder tief runter. Ja. Bloß nix brechen, äh, brechen liebes Pferdchen. Ja. Ist jetzt schon wieder. Was ist denn das hier? Boah, ist das ein Ding hier So, dann Müssen wir jetzt aber schauen, dass wir da irgendwo nübekommen So, reiten wir mal hier entlang Willst du mich verarschen, jetzt spielen Wo sind wir, wo habe ich denn die Markierung gesetzt Ja Ich muss jetzt hier echt Wirklich einen Weg finden Dass ich da nübekommen Wir können, glaube ich, nur da drüben nübekommen, oder? Sehe ich das richtig, liebes Spiel Das sieht wohl leider gerade so aus Okay Dann auf geht's In die wilde Prärie Reiten wir schnell da rüber Träume, dann haben wir nämlich das hier auch In der heutigen Folge noch aufdeckt Und dann geht's hier wirklich zur Quest Beziehungsweise beenden wir endlich die Quest Ah, hier waren wir, glaube ich, auch schon mal Hier waren wir schon mal, Freunde Genau, da haben wir die ganzen Hülste nämlich Zusammen glaubt Hier gibt's einen interessanten Ohr Ich weiß jetzt ehrlich gesagt gar nicht mehr Ob wir da was gefunden haben Genau, hier konnten wir nur schlafen und speichern Entschuldigung Gibt's hier vielleicht noch was zu? Ich weiß es gar nicht mehr So, liebes Pferdchen Ob drauf jetzt mit dir Mensch, Meierer Stell dir nicht so an, Junge Stell dir nicht so an So Müssen wir jetzt hier nahezu alles haben Fast Ja, wir haben's, ne? Gratuliere Das haben wir noch in der Aufdicht, ne? Gratuliere Dann auf nach Rovna Da geht's da hin Das können wir noch mal Schnell machen Beziehungsweise Da können wir schon noch mal Jetzt noch mal Zumindest uns auf den Weg machen da hin Dann müssen wir nämlich umso weniger Kilometer Dann morgen zurücklegen Sühnenkreuz Ich hab hier ein Sühnenkreuz Sühnenkreuz So, das Lesen wir uns natürlich auch noch mal gerne durch Falco Aulitzki Okay Amadeus Amadeus So Dann hätte ich gesagt Geht's weiter Ein Nest natürlich Das Nest Vogelnest oder was? Wie hübsch, ne? Ja Jetzt haben wir hier noch die möglich Wir haben hier jetzt wirklich noch die möglichkeit kriegen, denn, dass wir dort rüber kommen Das haben wir da ganz da drüben, ne? So, hier ist ein interessanter Ort, weißt was? Dann schauen wir uns das hier heute auch noch mal genauer an Ob wir hier eventuell was Gutes finden Blumenbeetle Blumenbeetle Hier war's in den Steinen drin vielleicht Oder hier, vergraben irgendwas Kann ich hier rüber oder im Maul dir gleich wieder? Ach Mist, ich wünschte, ich könnte schwimmen Das würde ich natürlich begrüßen, wenn ihr das könnt So, wisst ihr was, liebe Freundin Machen wir hier eine folgen Pause Sehen uns da wieder morgen in aller frische Bei Kingdom Come Deliverance Ja Und dann Ja Gucken wir mal Beziehungsweise, jetzt hängen wir wieder hier fest Ich drehe gerade gleich durch da Dem Kapuff So Schaut's noch aus, haben wir da eine Möglichkeit Okay, wir haben auf jeden Fall eine Möglichkeit hier rauszukommen Ja Es ist merkwürdig Durch manche Sträucher kommst du echt durch, ne? Ja, jetzt können wir erst da rüber durch So, wisst ihr was Jetzt machen wir hier aber wirklich eine folgen Pause Und wir sehen uns dann wieder morgen In aller Frische Ja Hui, bye Kingdom Come Deliverance Ja Ein blöder Gaule So, in diesem Sinne Ach was, was ich erinnere jetzt, du im Wasser rum Das ist mal abusch In diesem Sinne Hier haben wir einen Unfallort Ach, leck mich doch fett Wisst ihr was Den gucken wir uns dann morgen an In diesem Sinne Macht's gut Bye, bye Und Servus Euer Franconia Ciao Ciao